so gut und mann gar nicht mehr das war nicht bei der hauptsache ein gewalt und ich habe es nicht so gut wo ich habe es nicht so gut wer kann ich nicht so gut und alles noch jemand nach dem hohen hier wenn ich nicht so lange heulen was will nicht weitergehen Also relativ sinnlos. Okay, der eine ist jetzt da. Ja, so geht's auch. Ah, ja, so geht's auch. Feuer gewusst hier. Ja, aber wie komme ich jetzt weiter? Dann da hinten ist ein Laptop. Okay, das ist ja richtig. Schöne Grüße von Cobin. Hey, warte einen Moment. Das will nur raus, nicht? Stopp, stopp, stopp. Du Arschloch. Ich gehöre zum MI6. Drei Jahre. Drei Jahre Undercover-Arbeit. Und du fährst aus den ganzen Scheiß. Wie lautet deine Aktivierungskennung? Sieben, fünf, sieben, bravo. Victor, neun. Oscar, neun, acht. Scheiße, ich glaub, du hast ihn gebrochen. Grim, hast du mitgeschrieben? Ist angekommen. Okay. Wer hat dich geschickt? Die CIA? Die Kennung ist veraltet. Ich brauch einen Retina-Scan. Ich will mit dem Boss reden. Komm, gehen wir. Du redest bereits mit ihm. Verdammt, was machst du? Sein Name ist Jadid Heidos. Er war beim MI6, aber jetzt nicht mehr. Er ist vor fünf Jahren als Doppelagent enttarnt worden. Keine weiteren Spielchen, Jadid. Blacklist. Rede. Oh, ihr gottverdammten Amis. Dema spielt ihr Cowboy. Schinde keine Zeit. Ihr seid zu spät. Sam, gerade werden große Datenmengen aus dem Gebäudeteil über dir verschickt. Was plant ihr? Wir planen nicht mehr. Es wird längst ausgeführt. Weg damit. Neue Zielposition? Die Daten stammen von einer Kommunikationszentrale oben im Dorf. Such eine große Satellitenanlage. Schickt mal eine Drohne über das Gebäude. Ich mag keine Überraschungen. Das haben wir ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Die Straße, den Berg hoch, wird schwer bewacht. Wie lautet der Plan, Sam? Ich klettere ab jetzt. Mach den Hubschrauber klar für die Exfiltration. Schon dabei. Sam, ich habe den Einsatzoffizier von Lager Delta. Paladin, hier spricht Gridiron. Bitte kommen. Gridiron, hier Paladin. Ich brauche ein Lagerbericht. Komm. Ich habe unzählige Kontakte zu Fuß und in Fahrzeugen. Ich stehe während wir sprechen unter Beschuss. Warten Sie. Es gibt Befestigungen und koordinierte Gegenangriffe. Wir stecken gemächtlich in der Scheiße. Komm. Glauben Sie, die wussten von dem bevorstehenden Angriff? Definitiv. Keine Sorge. Die machen wir fertig. Gridiron Ende. Eieieiei, genau, dass der Sam bloß noch aushört ist. Er bewegt ja auch nicht weiter nach da. Das war fein, Kollege. So, zack. Oh. Ich bin unter der Brücke, die zum Dorf führt. Sam, ich erkenne Bewegungen über dir. Ach, Mann. Müssen wir in solchen Spielen immer Glück dabei, äh, zusammen dabei sein? Ich komme hier noch bis da hoch. Dankeschön! scheiße ich bin unter der brücke die zum dorf führt ich erkenne bewegungen über die wir lassen die mal die sein die 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 kommt verpassen die meine das kommt schon Da ist der andere Himmel jetzt. Da ist er wieder. Was soll er denn nun? Wie soll er denn vor hinein? Scheiße, Alter. Der kann aber auch nicht rum hier. Dann warten wir, dass der weg ist und dann müssen wir so hin. Müssen wir wieder hinsteigen, den abmoxen. Was soll er denn? 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 Okay. Die sind erledigt. Und nicht ganz so wie ich es mir gedacht habe. Was soll er denn? 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 Was... Was soll er denn? Was soll er denn? Was soll er denn? Ja... steck dich mal da vor deswegen nur down warte wie oft soll ich die denn noch abbadern da war ich hakt langsam da war ich hakt langsam und er versucht das auszusetzen er bewegt sich so war es das jetzt scheiß das war sie so 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 ich bin drin ein bisschen dauert jetzt Entschuldigung dass es ruhiger war aber es ist irgendwie voll mitfesselt hier